Ich mag nichts über diesem Ort. Da konnte ich vorhin nicht raus, ne? Oh, es sieht aus, wie es in Pfeil ist. Es ist ein bisschen schade. Ja, komm jetzt. Braille Füße, nachher und nachher. Okay. Ja, komm jetzt. Ja, komm jetzt. Das gleiche. Ja, die anderen rede ich dann gar nicht an. Ja, ich bin ein bisschen gruselig jetzt. Gegenstände, ja. Oh, Badezimmer. Mondschlüssel. Ah. Hier ist sonst nichts. Nur das. Nur so ein Waschtisch. Wer braucht so einen Raum? Naja. Für das gibt es einen Gang. Nur um zu diesem Raum zu kommen. Was zur Hölle. Jo, wir gehen auf jeden Fall, gehen wir in die Tür mit dem Mondsymbol. Falls uns die Bilder jetzt nicht angreifen. Wo war die Türnummer? Oh Gott, du Gott. Oh mein Gott. Alter hat mich das erschreckt. Jo. Zwei neue Wörter. Mondschlüssel. Ja, genau. So, wo sind wir jetzt? Wo sind wir jetzt? Aha. Wieso sind hier so viele Gang? Oh Gott. Red and Evil spinnen. Oh, die bringen wenigstens ein bisschen Farbe ins Leben. Oh, Klavier. Nice. You're a male. Young. Not even 20. Oh. So bist du blind. You figured that out from my footsteps? It's not hard once you know how. Then I suppose I should tell you about my friend Vice. I only heard one set of footsteps. Grimoire Vice does not strut about like a common land mammal. But enough of this introductory chatter. Let us hear your text. My name is Emile. I'm the master of this manner. Emile? So you're the one who sent the letters? Letters? What are you talking about? Of course you don't know. Such a thing would be far too simple. No, stay back. Okay. Okay. Ah, okay. Ah, krass. That's why I live with this blindfold. What a remarkable skill. I've never heard of such a thing. Anyway, I suppose my butler might know more about the letters you received. This key here can unlock any door in the manor. So if you'd like my assistance. No, please don't trouble yourself. We can get around on our own. Oh, right. Sure. Well, here's the key then. Yeah, I give you just a few minutes. The butler's quarters are at the far end of the manor. Let me at least give you a map. It's a big place. And I don't want you to get lost. The butler's quarters are at the far end of the manor. Oh, I don't want you to get on your bad side. Aha. So, wieder nett. Der weiß. Sind wir hier reingekommen? Kann man da noch mehr ankunden? Oder sind wir hier reingekommen? Ich weiß es nicht mehr. Ah ja, hier sind wir reingekommen. Benutzt den Mondschlüssel. Muss man den jetzt immer wieder benutzen, oder was? Tja. Wir haben den Sternschlüssel und den Mondschlüssel. Wir brauchen noch den Finsternisschlüssel. Mal gucken, was hier ist. Ah, hier ist der butler. Ja, der butler. Ja, der butler. Das ist doch am Leben, oder? Hä? Glaub ich nicht. Eine butler-Statue vielleicht? Und was ist die Stimme, die man dauernd hört? Hm. Sehr schräg. Ja, das sind alles Quartier. Ja, verstehe ich schon. Die ganz... Oh mein Gott. Hilfe. Mach die Tür ab, komm. Ah, das sind kein Problem für uns. So. Das war's schon. Also Leben ist echt eine gute Fähigkeit. So. Wir müssen dann geradeaus. Also gucken wir uns noch die zwei Räume an. Hallo, geh rein. Da liegt was. Lichtschlüssel. Oh mein Gott. Immer noch mehr. Hallo, hallo. Auf so kleinen Raum. Lässt sich hier schwer kämpfen. Oh, hier ist sehr dunkel. Gehört's so? Lässt sich nicht öffnen. Oh mein Gott. Was ist jetzt los? Jetzt lässt sich's öffnen, oder was? Okay. Lichtschlüssel benutzt. Hallo, Herr Butler. Alter, was? Was ist da los? Ja, es bewegt. W-What's going on here? Sir? W-W-What is this? Oh, this is my butler. He helps me out around the manor. He's a good man at heart, but a bit... inflexible. Almost like a statue. Yes, and I do apologize for that master Emile. I doubt he's even human. We're here because my sister receives some letters from this manor. Mmh, yes. I wrote those letters. Please forgive my impertinence. Oh, Pedro. Du schreibst meiner Schwester. Was soll das? As you may know, Master Emile, deeply pained by his eyes, has shut himself away from the world. He suffers greatly behind that blindfold, and I feel it is my duty to help however I can. I heard tale of the exploits of an emerging hero, and so I sent a letter to you under Master Emile's name. But, I received a response from one Miss Yona instead. Wait, so Yona's pen pal is you? It is, sir. My letters merely requested that you come to the manor. I meant no ill intent. Ja, 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 genau. Mmh. Ja, sounds like she misunderstood the situation. Ach, die Arme. Regardless, I am quite pleased to see you here. Long have I dreamed of the day, we might be able to do something about Master Emiles' eyes. I see. Yes, well, I am afraid we, or at least this lad beside me, is neither hero nor physician, so if you'll excuse us. Please, we're so close. The cure for Master Emiles' condition is located in this very manner. Was? Then why don't you just go get it? Alas, the location of the cure has become a den for those abominable shades. And I lack the skill to combat them. I beg of you. Defeat the shades and restore Master Emiles' sight. Aber wieso kann er da nicht einfach reingehen, alle zu Stein machen und du holst es dann? You know this is an impossible task. Why would you ask it of our guests? Well, you've no more time to waste, so. It's okay. We'll do it. See here, lad. This is no time to play the hero. People need to look out for each other, Vice. Plus, we have to find Kaine anyway. A thousand thank yous. I owe you a debt that can never be repaid. Ah, finster Schlüssel. My butler cares so much for me. But for him to make such outlandish requests. Äh, also Emil ist da, okay. A thousand. Ja, tausend Dank. Okay, der Emil ist jetzt bei uns. Bleibt der jetzt bei uns, oder? Ja, der bleibt jetzt bei uns. Okay, ich hoffe, der kann ein bisschen kämpfen. Ansonsten müssen wir den jetzt die ganze Zeit verteidigen. Wo war die Tür mit dem finsteren Schlüssel? Ja, das ist sehr gut. Wenn du das, wenn du das machst. Viel kämpft er nicht? Naja, egal. Wir sind nie so stark. Äh, hier. Kämpfer mit. Oh ja, ja. Jetzt kommt's. Ja, macht's halt echt. Alter, was? Alter. Boah, das Versteinern ist stark. Jetzt Insta-Kill. Nice. So. Bäh. Die Bilder. Und der Flügel auch schon. Gibt immer noch schlimmer. So. Findest du den Schlüssel benutzt? Jo. Alter, was. Da, 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 da. Ha. Aber mit dem Schwert gefällt es mir irgendwie besser als mit dem Magie-Dings. Ah, da ist was. Klingelt der Heimtücke. Aha. Ich sehe nichts. Müssen wir mal gucken. Ach, schon wieder einer. Das Emil in Ruhe. Neues Wort erhalten. Mal ganz kurz gucken, was das für eine Waffe war. Klingelt der Heimtücke. Oh, ist schlechter als unsere jetzige Waffe. Aber ist auch schwer. Naja. Egal. Oh, hier kann man speichern. Machen wir das. Kommt bestimmt ein Bosskampf jetzt. Kurz anders hinsetzen. So. Bin ich gespannt, was kommt jetzt. Das ist es. Wir sollten die Kür irgendwo nahe finden. Oh, je. Nein, nicht noch ein Bruch. Bitte nicht. Was ist das, Buch rot oder was? Ah, das Buch ist ein bisschen wie du, Vice. Oh, sind wir clever. Als ob ein nur Tone mit dem Wanderung vergleichen könnte, das ist Grimoire Vice. Aha. Das ist aber immun gegen... Hier, gegen Magie. Gegen Magie. Das geht. Das geht. Das geht nicht. Ja. Alter. Bam, bam. Da ist kein Ende an das. Zack. Irgendwie vergiftet wird das nicht. Also Gift für Bosse ist doch nicht so gut anscheinend. Bam, bam. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hilfe. Heilen. Nein, nein, nein. Gut, sauber ist nicht. Au, 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 au. Ah, jetzt. Schwachstelle. Nice. Okay, okay. Was passiert jetzt? Hallo? Will ich jetzt draufschlagen? Oh nein. Ich kann es nicht petrifieren. Oh. Nice. Ganze Mana verbraten für den Blödsinn. Haha. Keine. Endlich ist er auch mal da. Autsch. 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 Wo hast du denn? Ich bin gestoppt von diesem Ding. Komm schon. Also physisch. Nein, nein, nein. Das machen wir nicht. Hallo, hallo, hallo Mädchen. Nee, du versteinerst das. Ich bin gestoppt von ihr. Ach so. Und jetzt bin ich mir. Und das wäre ein schreiber. Das wäre eine schreckliche Kursierung. Das wäre ein schreckliches Überbringt. Das ist schrecklich. Also, wir würden das niemals nicht nicht machen. Wir würden uns das machen. Würst du alle bitte schüttet das? Was? Was? nein verdammt muss ja schneller sein jetzt böses buch hier ist alles farbig siegen der fers dunkler wirbel aha dunkler wirbel ja testen wir dann später ne leute herrlich ja dann mach du das so leute damit ist der part auch schon zu ende wenn es euch gefallen hat lassen daumen da und wir sehen uns dann in der nächsten folge euer thales tschüss so leute